reden wir ein bisschen über zeiteinteilung wie uns preis alarme dabei helfen können eins der probleme beim trading ist ja dass man vielleicht durchaus die in der lage ist manchmal auch den richtigen bereich die richtige ebene auszumachen wo man einen einstieg machen möchte oder wo man sagt gut da muss er drüber brechen oder drunter brechen dass man überhaupt reingehen kann aber meistens wenn man gerade vom rechner sitzt also zb jetzt wäre das aktuell der markt nicht handeln möchte hier also das rein hypothetisch jetzt natürlich nicht jetzt eine handelsempfehlung aber jetzt mal theoretisch das wäre jetzt der markt den ich hier treten möchte und dann sehe ich ja da ist vielleicht hier irgendwo ein support und ich würde vielleicht jetzt gerade das abgeprallte ich würde vielleicht shorten wollen wir nicht runter ist also zumindest ich weiß vielleicht noch gar nicht wie ich da rein gehen will aber ich weiß zumindest solange nicht unterhalb diesen support ist ist es vielleicht keine gute idee zu shorten jetzt sind wir allerdings halt jetzt hier und jetzt habe ich zum beispiel nur gerade jetzt zeit und in halben stunde schon wieder nicht mehr so geht es ja dann oft vielen auch berufstätigen tradern und dann steht natürlich vom problem was mache ich jetzt weil ich will hat er rein und das ende dann hat leider in dieser sehr häufig falschen variante dass man einfach sagt ja gut da ich ja eh davon ausgehe dass er da unten brechen könnte gehe halt jetzt short ist aber keine gute idee weil ich habe kein signal könnte jetzt auch hochgehen und ich verliere geld und wir wollen ja nach möglichkeiten vermeiden dass wir unnötige verluste machen verluste kann man ja nicht vermeiden aber zumindest unnötige verluste aber da ärgert man sich dann ja auch dabei dann um einiges mehr und das ist dann auch für weitere verluste natürlich ausschlaggebend wenn die psyche einfach schlapp macht und in dem fall ist natürlich ein preisalarm immer ein guter punkt grundsätzlich nämlich ist es ja so es könnte ja jetzt gar nicht darunter kommen es könnte aber auch schon in der nächsten kerze da unten sein es könnte in der übernächsten kerze da unten sein ich weiß es nicht und ich kann natürlich jetzt wenn das h4 ist klar ich kann alle vier stunden schauen das ist jetzt bei einem h4 chart vielleicht jetzt nicht gleich das größte problem mal alle vier stunden auf den chart schauen und schauen dass das bricht aber jetzt angenommen dass wir jetzt auch ein kürzerer time frame wie m15 wie h1 ich kann ja auch nicht untertags jetzt alle 15 minuten mir den chart anschauen und der einfachste weg das zu tun und so ein bisschen auch diesen automatismus reinzukriegen ist eben einfach der preisalarm der den viele benutzen aber oft auch wirklich unterschätzt wird weil was was kann ich jetzt hier machen als beispielsweise ich bin jetzt auf arbeit oder ich bin zu hause und habe den ganzen tag frei und habe andere sachen im garten zu tun oder im haus oder sonst was und ich sehe das und ich weiß jetzt kann ich nicht train aber vielleicht später wann auch immer dann kann ich einfach mir hier mit der rechten maustaste reingehen so nicht nur das objekt sondern in das in das freie hier und dann gehe ich hier auf handel und da sind normalerweise auch die handel hier steht bei mir jetzt nichts drin weil das ein konto spätsel für das video machen wo man nicht handeln kann und aber zusätzlich zu diesen ganzen banding anders die man hier kriegt und trade aufmachen ist eben auch hier alarm und ich brauche eigentlich nur ein klicken und dann kann ich den das muss nicht so genau sein weil ich kann den auch hier dann noch ein bisschen verschieben wenn ich das möchte hier sofern ich hier nicht in ja manchmal geht es halt auch schwierig das ist ja auch so ein mac problem muss da ziemlich genau das treffe aber jetzt bleiben wir mal dabei ich kann das auch einstellen natürlich indem ich hier ist hier hier unten sehe ich jetzt in der leiste das ist da wo auch der handel und die kontrahistorie ist da habe ich auch die alarme da ist das drin und wenn ich jetzt sage gut wenn der jetzt diese zone hier berühren würde das heißt nicht automatisch dass ich dann gleich ein short machen kann weil dann könnte ich ja auch ein sell stop setzen ehrlicherweise sondern ich will ja den kennenzulter drunter erst mal sehen und natürlich wird der alarm auch losgehen wenn bereits die kerze unten ist lang bevor dieser kennel close kommt möglicherweise aber zumindest die grundvoraussetzung dass überhaupt ein kennel close kommen kann ist ja dass er erst mal während der offenen kerze darunter kommt also was hilft mir das dann wenn das jetzt hier h4 ist kann ich das jetzt so laufen lassen ich habe hier zu den einstellungen ich kann hier auch die töne einstellen also ich das sind standardmäßig ein paar so sounds drin man kann auch in in die in den in den programm ordner gehen vom metatrader und da kann man auch eigene wav dateien einfügen also was ich den leuten empfehle geht ihr auf google und sucht einfach mal nach so einem sirenen sound so einen langen 30 sekunden langen sirenen sondern irgendwas lautes und das führt man dann hier einer hat man dann noch eine eigene bessere option vielleicht ansonsten hat man auch diese standard alarm sonst die auch wirklich nur ein bing sind aber auch besser als nix und dann kann ich auch natürlich jede die zahl jetzt auch händisch noch ein bisschen anpassen sie kann jetzt hier auch sagen wenn ich jetzt mit dem verschieben das nicht so hinhaut gerade dann kann ich auch zum beispiel einfach mal das händisch hier noch ändern und was wie ich nutze ist einfach dass ich schaue dass ich diesen diesen drin hat dass ich hier auch einen möglichst lauten alarm eingestellt habe boxen vom computer natürlich aufgedreht dann gehe ich hier auf ok dann habe ich jetzt hier meinen alarm so sitzen und ich weiß wenn er jetzt beispielsweise in einer der nächsten h4 kerzen plötzlich runter kommt und diesen alarm auslöst dann weiß ich dass jetzt die chance bestehen würde theoretisch dass am ende dieser kerze in dieser aktuellen h4 kerze der klo sein könnte und das heißt natürlich solange das jetzt nicht hier drunter kommt und keine dieser h4 kerzen drunter schließen kann höre ich nichts interessiert mich nach nichts kann ich mich anderen dingen des lebens zu wenden wenn aber plötzlich dieser bruch kommt dann weiß ich jetzt kommt der alarm ich gehe zum rechner ich sehe die kerze sie ist drunter ich schaue auf die uhr kann ganz ganz genau schauen wie lange dauert jetzt diese h4 kerze noch also das ist ja ganz einfach ich brauche da auch nur auf steuerung m gehen dass ich hier die marktübersicht habe da oben habe ich die serverzeit dann gehe ich einfach ihn weil es jetzt hier die aktuelle kerze das wäre die gerade hier drunter gehen würde dann schaue ich an das ist die 16 uhr kerze sehe ich 16 uhr serverzeit also die kerze ist jetzt 41 minuten alt das heißt ein bisschen mehr als drei stunden also in diesem fall bei mir ist es jetzt 15 41 das heißt in diesem fall da kann ich mir ausrechnen wann diese kerze schließt und dann kann ich mir zum beispiel ganz normal auf meinem handy ein timer stellen und weiß ich wenn die uhrzeit kommt dann muss ich schauen und dann werde ich ja sehen ob er immer noch drunter ist oder nicht aber eben all diese kerzen die dazwischen kommen zwischen jetzt und zwischen dieser ausbruchskerze dies potenziell vielleicht zum signal werden könnte während diesen kerzen muss ich mir den chart erst gar nicht anschauen und das hat natürlich dann auch den vorteil dass ich ein bisschen ruhiger angehen kann vor allem auch bei kurzfristigen trades vielleicht im 15 ist und vielleicht ohnehin zu erwarten ist dass der ausbruch innerhalb der nächsten paar stunden kommt kann ich es laufen lassen kann meiner normalen arbeit nachgehen und wenn ich dann plötzlich den alarm habe dann brauche ich nur noch hingehen und diese 15 minuten kerze abwarten und kann dann meinen trade weiter planen wie der dann auch immer aussieht verständlicherweise also ob das jetzt ein ausbruchstrade ist nach nach warten auf ein klo oder man dann vielleicht den retest handeln will oder eine ganz andere handelsstrategie überlegen wie das ist dann wieder ganz optional und eine ganz andere geschichte aber grundsätzlich ist es ja es muss erst mal ein gewisses preis level überhaupt erreicht werden dass überhaupt ein signal entstehen könnte und so kann ich dann ein bisschen auch das ganze nach wie von mir weg schieben kann mich um andere dinge kümmern kann auch meine psyche ein bisschen beruhigen und dann ist es auch leichter jetzt zum beispiel in so einem fall nicht vorab einen einstieg viel zu früh machen weil ich weiß ich setze ein alarm und dann habe ich ja immerhin auch was fürs trading getan und da muss ich nur noch auf signal warten und wenn ich das und beim bad charts analysieren und basso alarme gesetzt habe dann wird auch sehr häufig mal klingeln und dann werde ich auch auf meine trading auf meine trades und auf meine trade menge kommen wie ich es mir vorstelle das war jetzt erstmal die lektion dazu und wir hören uns dann wieder zum nächsten video